Liebe Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter, ich grüße Sie und Euch als Ihr SPD-Europa-Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament hier in Brüssel. Ich möchte Ihnen eine Filmverführung der Friedrich-Ebert-Stiftung ans Herz legen. Diese wird am 25. Januar um 18 Uhr in Burg-Theater in Burg gezeigt. Der Film heißt Underdog und er behandelt ein Tiermotiv, wo Minderheiten in Ungarn gezeigt werden. Insbesondere Roma und asylsuchende Flüchtlinge werden mit Repressalien unter dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban diskriminiert. Die Botschaft von Underdog lautet, eine Politik, die sich über den Ausschluss von Minderheiten definitiert, schürt Aggressionen ihrerseits, die auf sie erneut zurückschlagen. Den Film zur Anmeldung und zum Kinotrailer werde ich hier im Facebook-Post mit verlinken. Kommen Sie, kommt Ihr mit nach Burg, habt ein spannendes Kinoerlebnis und diskutiert im Nachgang mit Rados Raduli von der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft aus Sachsen-Anhalt. Herzliche Grüße, Euer Arne Lietz. Hinzu, ich muss jetzt noch kommen. Jetzt wird es noch Kommt. Före, ich hoffe, wir sehen uns.